Mit Ihrem Tolino E-Reader können Sie E-Books und Hörbücher ganz einfach in Sammlungen sortieren und so Ordnung in Ihrem digitalen Bücherregal schaffen. Erstellen Sie im ersten Schritt Ihre individuellen Sammlungen. Wählen Sie zum Erstellen im Bereich Meine Bücher den Reiter Sammlungen aus. Tippen Sie auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke und anschließend auf Neue Sammlung. Jetzt einfach den Namen der Sammlung eingeben, zum Beispiel Favoriten, für alle Ihre Lieblingsbücher. Tippen Sie nun bei allen Titeln, die Sie zur jeweiligen Sammlung hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol auf der rechten Seite. Zum Abschluss noch ein Tipp auf die Schaltfläche Erstellen und schon haben Sie Ihre Sammlung erstellt. Sie können jederzeit neue Titel der Sammlung hinzufügen oder Titel entfernen. Öffnen Sie hierzu die Sammlung, zu der Sie neue Titel hinzufügen oder hinzugefügte Titel entfernen möchten. Tippen Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Sammlung bearbeiten. Über die Schaltfläche Bücher hinzufügen können Sie neue Titel der Sammlung hinzufügen. Durch das Tippen auf bereits hinzugefügte Titel werden diese aus der Sammlung entfernt. Einzelne Titel können Sie übrigens auch direkt innerhalb der Meine-Bücher-Ansicht zu einer bestehenden Sammlung hinzufügen, indem Sie lange auf das jeweilige Buchcover tippen und dann zur Sammlung hinzufügen auswählen. Sammlungen helfen Ihnen dabei, Titel schnell und einfach in Ihrer digitalen Bibliothek wiederzufinden und zu strukturieren. So haben Sie mehr Zeit für entspannte Lesestunden mit Ihrem Tolino eReader.